Ja meine Freunde, servus, ich bin's wieder, euer Blogger und heute in diesem Video schauen wir uns einfach mal an, weil ihr wisst ja, ich leuhe mir ganz gern öfter mal Bücher von der Stadtbibliothek aus und heute schauen wir uns einfach mal an, was das für Bücher sind und zwei davon habe ich auch schon gelesen, beim dritten bin ich jetzt schon dabei und vier Bücher insgesamt haben wir uns ausgelegen und die aktuell ausgeliehenen Bücher, die schauen wir uns heute einfach mal an und dann würde ich sagen, viel Spaß und bis gleich. Ja und da sind wir jetzt auch wieder zurück und das war das erste Buch, was ich mir ausgeliehen habe und jetzt auch gelesen habe. Es geht praktisch in dem Buch um jemanden, der wohl Notarzt ist und erzählt ein bisschen von seiner Geschichte. Genau, das muss ich sagen, war sehr gut zu lesen. Jetzt kommen wir hier auch schon zum nächsten Buch. Dieses Buch nennt sich winzig und da geht es um Häuser, die wirklich sehr winzig gebaut sind. Ich kann es ganz kurz mal aufklaufen, hier wirklich um sehr winzige Häuser. Dieses Haus hat beispielsweise 15 Quadratmeter und ja, muss ich sagen, war auch sehr, sehr lustig zu lesen, vor allem was für unterschiedliche Formen es da gegeben hat. Ein weiteres Buch, was ich aktuell gerade lese, ist dieses Buch, weil wie ihr ja wisst, ich mache ganz gerne verschiedene Sachen, aber irgendwie habe ich noch nicht so richtig auch den Traumjob und so weiter gefunden. Vielleicht finde ich ja in diesem Buch die passende Antwort dazu. Und wenn ich das dann ausgelesen habe, bei mir dauert so eine Buchlesung meistens, ja, zwei, drei Wochen oder so oder eine Woche sogar, dann habe ich hier noch ein Buch, was mir auch mal ausgeliehen hat. Das ist dann schon etwas gröberes, da geht es um das Buch der Hells Angels, auch hier nochmal, beziehungsweise um einen Aussteiger von die Hells Angels. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, war es das. Wenn dir das Video gefallen hat, darfst du mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es nervt mit meinem Kanal, bis ganz gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus, Habitere, euer Blogger, ciao, bis zum nächsten Mal.